Es ist die erste Periode, in der die Freie-Wähler-Landtagsfraktion auch mit vertreten ist und wir haben sicherlich eine ganze Reihe an Punkten und Erfolgen zu erzielen gehabt. Der ländliche Raum, und das möchte ich als wesentliches Ergebnis auch meiner Arbeit festhalten, ist salonfähig geworden, wird in seiner Bedeutung sehr viel intensiver bearbeitet. Das ist sicherlich ein Verdienst unserer Freie-Wähler-Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020